Hi Leute, was geht? Herzlich Willkommen beim Landfuck 4711. Ja, ihr fragt euch natürlich, was ist das jetzt hier für ein Kanal? Was kann ich hier tun? Nein, das ist einfach mein neuer Kanal. Die meisten von euch wissen sicherlich, ich hatte einen alten Kanal, den musste ich jetzt umziehen auf einen neuen Kanal. Die Gründe sind bekannt, beziehungsweise ich habe sie in einem anderen Video mitgeteilt. Dies ist jedoch der neue Kanal und ihr wundert euch vielleicht, was? So wenig Abonnenten, so wenig Videos. Ich bin wirklich das Original. Ich spinne es und keine Angst, die ganzen Videos, beziehungsweise nicht alle, aber viele davon werden noch folgen. Ich bin aktuell dabei, die ganzen Videos noch aufzubereiten, wieder hochzuladen, alles drum und dran. Hier unter Videos sieht man ja, was ich bislang hochgeladen habe. Es braucht nun mal seine Zeit und ich habe auch nicht alle Zeit der Welt, deswegen verschont mich bitte mit ein paar Kommentaren, alles drum und dran. Das Wichtigste ist trotzdem schon online, das bedeutet, das Hearts of Iron 4 Tutorial, das ja vielen von euch weitergeholfen hat, das ist online, das könnt ihr jederzeit ansehen. 16 Folgen waren es, inklusive Millennium Dawn, DLC, Together for Victory und natürlich auch Patch 1.2 habe ich hochgeladen und steht euch zur Verfügung. Nun, über den Rest mache ich mir eben noch Gedanken, was ich eben genau hochladen werde und Freunde, mich würde es natürlich freuen, wenn ihr hier oben einfach auf Abonnieren klicken würdet, bzw. ein Like da lassen würdet oder vielleicht sogar das ein oder andere Video nochmal teilen könnt, sodass auch ich oder hier diesen Kanal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen kann. Wie gesagt, 129 Abonnenten oder so waren es auf meinem vorherigen Kanal. Jetzt sind es hier eben 10, der ist seit gestern live und ich würde mich freuen, den ein oder anderen einfach hier wiederzusehen. Vielleicht kurz zu meiner Person, ich bin der Landvogt, ich bin 27 Jahre alt. Und, oh Gott, oh Gott, ist das schon alt? Ach du Scheiße, 27. Ja, okay, auf jeden Fall 27 und ich liebe es nach wie vor zu zocken, bzw. einfach meinen Senft dazu zu geben. Und ja, werde eben einige Spiele kommentieren, aber jetzt keine wirklichen Let's Plays veranstalten. Und wie gesagt, ich helfe, wo ich kann, besonders im Hearts of Iron 4 Spieluniversum. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr das natürlich im jeweiligen Video auch stellen. So. Wie weit bin ich denn? 14.39 Uhr haben wir es jetzt. Ich mache halt immer wieder mal ein Video. Diesmal will ich halt auch das Ganze ein bisschen gewordneter haben, das heißt mit mehr Playlisten und so weiter. Das heißt, das hier kann wirklich ein super duper geilomatico neu anfangen werden. Muss es aber nicht. Wenn ihr Bock auf schräge Kommentare und vielleicht auch ein bisschen Gamble habt, dann lasst mir ein Abo da. Und wir sehen uns dann in dem einen oder anderen Video wieder. So, und wenn ich es jetzt irgendwie auf die Reihe bekomme, würde ich hier eigentlich auch nur wie so eine Art Umfrage einbauen. Ich bin bloß gespannt, ob das geht. Also wenn dann, wenn ich es hingebracht habe, bzw. wenn ich vielleicht nicht ganz so doof war, dann müsste jetzt hier im Video eine Umfrage erscheinen. Und in der könnt ihr dann einfach auswählen, welche alten Videos oder so ich vielleicht noch übernehmen sollte. Beziehungsweise schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich mir darüber definitiv Gedanken. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß auf meinem neuen Kanal. Und verbleibe jetzt erstmal mit einem Standardabschlusswort, bzw. Abschlusssatz mit Ciao, bis dann, euer Landwogt. So, ich habe ein Tutorial, ein Video gemacht, bzw. so ein Einleitungsvideo. Liebes YouTube, kann ich das jetzt hier hinterlegen bei den neuen Besuchern? Was? YouTube, rede mit mir. YouTube.